Guten Tag Kennen Sie das? Sie wandern fast ziellos durch die Gegend, gucken sich jetzt im Herbst die munden Blätter an. Und Schritt für Schritt gelangt man irgendwo hin. Ist auch egal, wohin wir gelangen. Wir gucken die munden Blätter an, wir atmen in die frische Luft und denken, das tut mir gut, denn all die Wut, all der Zorn auf was auch immer muss weg müssen. Wir müssen zurück in einen entspannten Zustand, egal wie schrecklich die Welt ist, egal wie schrecklich die Taten der anderen sind. Wir müssen bei uns bleiben, wir müssen unsere Seele kurieren, wir müssen ganz und gar in die Ruhe und in den Frieden, der in uns wohnt. Wir müssen auf die innere Stimme hören und nicht auf den Krawall da draußen. Wir müssen weitergehen. Ich bin tatsächlich dabei, mein Fist. Wir müssen weitergehen. Wir müssen weitergehen. Ich bin dann, wo wir сюда, die Stimme claimieren. Zu Beginn gehen. Ich bin mergerlich dazu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017